Servus Guys, jetzt willkommen zu einer neuen Folge... Minecraft... Hardcore. Ja, wir wollen das neue Mikrofon. Ja, ich hoffe, die Einstellungen sind richtig. Äh, wenn ja, dann könnt ihr mir gerne in den Kommentaren schreiben. Ja, das Mikrofon bestimmt. Nein, nein. Ja, das ist... Nein, unsere großen Hütchen sind weg. Oh Gott. Oh Gott. Warte, hast du Samen? Hast du sagen, wir müssen die Paaren, wir müssen die Paaren. Hoffentlich, Leute, hoffentlich ist mein Tonfall gut, weil ich hab das ja bisher nur mit Clash Royale gemacht und noch nicht mit Minecraft und so. Also, ich schreibe mir gerne am Tage, ob ich noch was ändern soll. Haben wir keine Samen? Ein Stück. Okay. Ich hab's nur noch eins. Das ist Zuckerrohr. Dann baum mal hier das Zuckerrohr ab. Weik, Zuckerrohr, Weizensahm. Alles klar. Leon, wir brauchen Kühl. Stimmt, achso, du kannst mal gerne zeigen, weil ich die letzte Folge so was wollte. So, was wollten wir diese Folge machen? Wir hatten Lama gefunden. Übrigens, das ist ein schönes Mal da. Und wir haben hier angefangen, ähm... Ich? Ja, genau. Die haben das gemacht. Leon kann das besser als ich. Aber das sieht echt nice. Ich propse an dich. Es sieht echt nice. Danke. Der Ofen sollte eigentlich noch ein bisschen Ton sein. Also, Leon, wo bist du hingegangen? Wir wollen jetzt nach Kühlen suchen. Alle Abschlag. Babyhühnchen. Was? Babyhühnchen? Dann lass sie da, die können ja eh nicht nach... Oh, Eier. Warte, lass mich mal mein Glück versuchen. Ach, was? Hm, ich hab nie Glück mit den Eiern. Uäh. Achso, wir müssen Nahrung finden. Ich hab gar kein Fleisch mehr. Nicht so, ne? Vor dem hab ich in deiner letzten Folge gesehen. Du hast noch richtig viel. Äh... Nein, ich doch nicht. Was ist... Okay, dann älst du jetzt mit so nem goldenen Apfel. Nein, 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 okay, okay, hier, 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 nimm. Nimm und hab Spaß dran. Stress for win. Was? Leon, ich würd mal sagen, weil es ist hier unsere Base und alles, unser Ort. Brauchen wir diesen Wassertunnel oder was hier ist? Weil sonst könnten wir den vielleicht abbauen und vielleicht, vielleicht ne Höhle machen oder so. Was meinst du? Äh, ja. Du könntest das so ordentlich machen, sodass hier dann nix mehr ist. Nee, nicht diese Folge. Wir, ähm... Wir gehen jetzt erst mal irgendwo hin, wo wir, äh, die Kühe finden. In die Richtung, wo der Leon, in Leons Südnisch Reise, die Folge, äh, äh, gegangen ist, weil wir... Astral Army, ja, deine helle Arme. Äh, Arme, ja, was bin ich blöd, Alter. Äh, helle... Helle Army, ja, irgendwie so. Helles GG. Nein, Leon. Dunkel. Dunkel ist GG. Was heißt eigentlich Dunkel ist auf der Sprache? Ich weiß nicht, welche Sprache das ist, aber... Äh, weiß ich nicht. Äh, welche Sprache ist es überhaupt? Hä? Astral ist, glaub ich, Latein oder Englisch. Bin ich mir nicht mehr sicher. Ich glaub, Latein, weil Englisch kann eigentlich gar nicht sein, oder? Ah, ich hab auch eine Steinspezacke. Okay, dann muss ich meine Eisen nicht verschwenden, auch wenn wir genug Eisen haben, weil wir sind meine, meine. Nein. Wer will... Okay, Mike. Wieso? Dann erklär mir doch bitte, wenn du doch genug Eisen hast. Wieso machst du dir keine Rüstung? Gute Frage. Wie viel Eisen hast du denn noch? Ich hab... Ich hab gar kein Eisen. Hauptsache, Leon will mir keine Rüstung mehr abgeben, wo der full ist, ja, und ich bin einfach YOLO. Ich hab... Gehe ich auch in die Höhlen. Ist so. Hühnchen. Warte, nein, nicht. Nein, ich bin hier von Lava einmal One-Hit. Schau, ich hab ein Schlitzler, mit dem kann ich, äh, Feuer machen. Den kann ich nicht verbrennen lassen. Sieh zu und lerne. Äh, warte. Warte, 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 warte. Alter, du hast mich geschlagen. Ich hab keine Rüstung. Ich hab dich mit einer Schaufel geschlagen. Mit einer Faufel, okay. Mit einer Schaufel. Achso. Ja, was ist denn eine Faufel, Leila, Leila? Sprich mein Deutsch. Na, Ex. Leon! Schmeiß dich ab mit einem All. Ah! Küge! Leute, wir haben Küge! Also, ich schwör, ich hab die hier nicht gesponnen. Sieh jetzt vielleicht so, was hätte ich hier geschieht. Aber, wie schwör, ja, lasse, Leder, bitte sagen wir das Leder. Ja, drei Stück. Wir müssen aber noch, Leila, pass auf, das Leder. Wärst du da jetzt gestorben? Ach, das nicht. Das ist einfach so scheiße knapp. Mit meiner Rüstung hätte ich eh nicht überlebt. Aber mit deiner hättest du schon überlebt. Nee, nee, nee. Das war echt knapp. Alter, wir sind so durch. Ja, wir sind so lebensmüde, wie wir setzen unser Leben drauf. Auch wenn das Projekt so gut angeht. Zumindest am Anfang kam es so gut an. Jetzt haben wir ein bisschen abgeschaltet. Aber komm. Die Leute, die immer noch dabei sind. Ich glaub, wenn man da eine Tür anbaut kann. Leon, 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 da ist ein Zombie, das ist ein Zombie. Butch, Butch, Butch. Wir sterben, da ist er da. Warum nimmst du dich denn starkes Schwert? Weil ich nicht verschwenden will, ihr haben, wie fuck ich nicht. Mach mir eben fuck, Alter. Komm hier nicht rein. Okay, hab's. Ich hör die ganze Zeit irgendwelche... Kack Zombies! Oh, Alter, ein Zombie macht mir zwei Herzen. Wo kommt der? Komm von oben? Was? Wo kommt der? Wo kommt der? Wo kommt der? Ich weiß, ich würde mich nicht. Ich hatte einfach keinen Bock. Okay. Ja, ich komm runter. Oh, jetzt verstehe ich. Leucherte gerade Grafik-Back. Schon wieder. Leuchert Grafik-Back. Alles klar. In der ersten Folge. Wieso erste Folge? Erste Folge mit Mikro? Ja, gut, ne? Was heißt mit der ersten Folge mit Mikro? Mit neuem Mikro. Ich hab die Zeit nicht im Auge. Also mit dieser Folge ein bisschen länger. Oh Gott! Ich bin schon erschrocken. Ich dachte da unten wär Lava, aber das ist einfach nur irgendein. Leon? Dann kommst du nicht oder so? Leute, das seht ihr doch, oder? Ich hab hier irgendwelche... Ja, gut, hier hinten ist eh nix. Ich hab den Back werde ich sowieso da nicht haben. Wieso? Ach so, da hast du ja dein Sheet drin und ein Gamma da oder wie das heißt, der hochgedreht. Das ist kein Sheet. Das kann man in den offiziellen... Nein, meine Maus. Und jetzt ein Mob. Ja, Leon's offizielle... Leons offizielle Minecraft-Daten. Alter, wir jetzt einfach... Ich bin tot, ne? Da bist du... Wo bist du, Alter? Wie kamst du da runter? Ey, hier ist noch ein Weg. Ich bin gerade auf der Oberfläche und suche nach Kühen und ich hoffe, wir verlieren nicht unsere... Unser Haus, weil sonst haben wir einen riesen... Nein, das habe ich verloren. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Oh, Creper! Habe ich ja gerade ne Kuh gesehen? Oh mein Gott, damit zieht die ja nicht ran. Oh, no. Habe ich gerade ne... Ich bin, glaube ich, Colt kommen, ähm... Weil ich habe gerade ne Kuh gesehen, aber anscheinend existiert sie gar nicht. Oder die ist hier irgendwo, was versteckt sich grad. Aber ich wette, hier gibt's irgendwo noch Kuh. Ich spiel nicht propant. Was ist propant? Achso! So, ich dachte... Ja, ich weiß, was du meinst. Ich hab gar was anderes gedacht, mit blöd, ja. Huuuuiiii! Aschbubbe! Emelge Lava! Emelge Lava! Emelge Lava! Emelge Lava! Emelge Lava! Ich mag nicht ganz falsch haben, dadurch versuche ich das gar nicht. Ich weiß, es hat... Ja, aber ich glaube, es wird nach, wir sollten, äh, nun ja, zurückgehen oder so. Weil sonst müsste ich mich einbauen, weil ich hab nämlich keine gute Rüstung. Ich hab noch meine, meine Eisenstiefel, die ich von Leon geschibitzt hab hier. Das sind eben meine abgenutzten. Ich hab einen mit Federfall. Digga's mir egal, Hauptsache ich hab ne Schuhe! Leute, wer braucht Rüstung, wenn man Schuhe hat? Ja, das sind meine Deezys. Horror gefunden. Was hast du's gefunden? Horror. Äh, leck der Server wieder. Herz für den Server! Herz für den Server! Oh Gott, ey. Der ist alt geworden, glaub ich, oder? Der ist alt geworden. Er existiert nicht mal einen Monat! Er existiert nicht mal einen Monat! Achso, willst du denn jetzt auch ein ungefähres Datum für den Livestream nennen? Naa, es kommt halt noch, also dieses Jahr! Nein, diesen Monat? Was, nein, dieses Jahr nicht? Ja, und ich geh jetzt nach Hause, weil das ist echt unmöglich. Ich bin locker 300 Blöcke von dir entfernt. Ne, 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 ich geh einfach mir in die Richtung, wo wir gegangen sind, weil ich... Das geht nicht. Du hast wenigstens, wenn du wenigstens von den Kühen vorhin Leder bekommen. Ja, brechtest. Okay, ich hab nämlich bei meinen Kühen, hab ich nie Leder bekommen. Aber ich hab ja mal... Joll, ich hab ne Idee, wozu für Kühe, äh, suche denn wir haben... Ich hab doch mal ein, äh, Leder geangelt. Kann ich noch weiter angeln? Ja, okay. Gut, die Chance ist zu Angel war schon sehr niedrig, aber... Good luck! Oder, das machen wir nicht, wenn ich dann noch mehr ruhig bin. Ich will sagen, dass man ein Stream... Aber ja, und was ist? Wenn wir im Stream sterben... Ja, dann lebt es als so hoch, würde ich sagen. Aber das wäre schon richtig scheiße, wenn wir im Stream... Und wenn man halt so 40 Minuten lang... Kurz bevor das Stream zu Ende ist, wenn man ab Mori macht... Kommt von hinten... Ja, genau so, so. Ich hoffe, das ist mir mal nicht gefallen, wenn ja... Pups! Da gibt'n die Sly. Bei mir im Sturm ist, bestehst du nicht? Ja. Egal. Vergleich ich von einem Skelett untergeschossen. Hä? Wo bin ich? Ich bin irgendein... Ich bin lokal... Ich hab richtige Frame-Einbrüche und wir haben nachts... Also zumindest gleich nachts... Es wird gerade Sonnenuntergang, ich muss kurz Kampen machen. So Leute, nach dem dritten Spielabsturz in dieser Geschichte... Sind wir nur endlich... Oh Gott! Ist Leon in Gefahr und ich möchte dir eigentlich helfen, aber wir haben nachts... Ich hab' mich in den Berg eingebaut, den ihr gerade ausgesehen habt... Ich werd' von Endermans verfolgt, hab' nur zwei Herzen! Leon! Mach' ich sterben! Scheiße! Bitte sterbe! Ich muss aufs Wasser! Ich muss aufs Wasser! Ich muss ins Wasser! Ich muss ins Wasser! Alter! Leon! Pass auf, es könnte ein Monster kommen! Ich baue mich mal... Nein, was hab' ich getan? Okay, ich bin safe! Ich bin im Wasser hier, kann ich... Das darfst du nicht ohne Aufnahme machen! Ich krieg' doch noch Angst! Dahin sind noch so viele Kühe und die kann ich jetzt nicht... Ist egal! Wie ist es, lebst du? Dein Leben ist wichtiger als das Leben der Kuh! Das hört sich als vielleicht falsch an! Na, was ist? Vor allem... Oh, hier sind noch mal klüren! Hier waren... 3 Skelette und 2 Endermans! Ja! Ich hab' es nicht scherzen! Ja, ich... Mal, mal, mal! Halbes Herz! Jetzt? Nein, nein, nein! Achso, ja, okay! Ich hab' ja zum Glück Essen von dir bekommen! Ja, hä, klar, Alter! Dann 15 Leder! Hab' es immer wieder gern, Leo! Einer Perle bekommen! Einer Perle? Okay, nice! Ich würd' sagen, wenn wir mal Blaze-Ecke bekämpfen würden, äh, wo ich mich immer noch nicht traue, weil ich die Lappen bin, dann könnten wir, äh... Ey, Mike! Die Kommis! Was? Er schickt Mike's einen Lappen in die Kommis? Ja, natürlich immer! Ja, geht doch immer hier! Aber nur, wenn ihr Abo seid, dann was? Oh, wie am Tag? Nee! Nee, das ist nur meine Helligkeit! Oh, lol! Hauptsache, ich sag' das ist meine Helligkeit! Dabei muss man sich mal meine Helligkeit geben, ja? Die ist so niedrig! Ich schürf! Oh, wenn der eine mal vor mir auftaucht, ich bin einfach so gefickt! Ist so! Hallo? Ist ihr mit da? Nein? Okay! Ich würd' sagen, ich mach' mal hier so'n Fenster, wenn man so nennt... Oh, scheiße! Mach' kein Fenster! Ey, mach' ein Fenster! Damit ich... Leon, ich glaub' nicht, dass man das Fenster nennen kann! Das ist... Amen, Mann! Leon, bist du wieder full? Bitte nicht sterben, ja? Wir müssen dieses Abenteuer wenigstens schaffen, weil... Marvins Abenteuer... Haben wir nicht geschafft! Eppigens Information zu Marvins Kanal! Ja, der wird sicherlich gemerkt, dass er... Momentan, das war mein Handy, sorry! Dass er momentan keine Videos gemacht hat! Ich hab' ihn so gefragt darüber und er meinte so, nee, hab' keinen Bock mehr auf YouTube oder allgemein kein Bock mehr, Videos zu machen! Kann sein, dass er RIP ist! Ja, bitte! Ich hab' ihn in einer Woche gestorben, Spaß! Kann sein! Ich bin mir wahrlich nicht sicher! Also, ich will nichts sagen... Ja, Marvin, es macht nie wieder Videos! Ich will nur damit sagen... Ja, ich will nur damit sicher... Hauptsache, wir sind alle drei in einer Klasse easy! Ich will nur damit sagen, dass... Ähm... Nun ja, Marvin vielleicht nie wieder zurückkommt... Ich weiß es halt nicht... Ist da? Was ist da? Bist du da? Bei mir? Leute, da ist ein Slime-Skill! Oh, okay! Verleihenden für die Lamas! Für die Lamas! Ja! Bist du in einem Dungeon? Nein! Hä, wo hast du noch die Lamas? Blocke! 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 Mir geht's gut! Mir geht's gut! War's nicht umsonst ein Schild Leon! Hab' ich gerade aber nicht ausgerüstet! Ich fahre mir gerade ein bisschen Kies! Also, ein bisschen viel, ne? Ja! Einfach weißkant! Mit voll verstorberter Lederrüstung! Ich sag dir, wenn's wieder Tag ist! Ich weiß, wann es Tag ist! Wieso? Es wird gleich Tag! Hast du eine World Cup Crafted? Nee, oder? Gibt's gar nicht! Alter, Leon, das ist ein Riesen-Slime und ein Baby-Slime! Ich will die Kille, dann krieg ich, äh... Kindes-Slime-Slime! Ein Mann! Ein Mann! Ein Mann! Ein Mann! Ein Mann! Das ist das große Slime! Ja, da müssen wir... Leon, aber ich hab doch jemanden Feuerschwert und du und ich hab' dich! Momentan noch! Kann ich aber... Ich bin glaub'n, wer hat mich von Baby-Zombies verfolgt! Sorry, das war auch wieder bei meinem Handy, aber ich werd' gerade auf Twitter vollgespandt mit irgendwelchen Nachrichten! Neues Video! ich finde es auch irgendwie cool und nicht cool das ist auf twitter dann immer so nachrichten bekommen so ja neues video oder so kümmer habe ich nicht gesehen wie soll ich meine ich sollte nämlich sehen ich baue ein bisschen kohle ab also wie gesagt zurück zum thema ich werde auf 3 3 3 springen getaggt wie sie wohl ja wir müssen gleich beenden die folge wir machen aber dann haben auch eine folge oder ja oder ja es ist da ab nein ja keine werbung werden sie lassen nein ich weiß ja sie ist da es gibt es da es geließe ich muss das mit tückischer akzent machen mit tückischer sind ich dann muss mich aber jaja eben die lüster ja genau so sind hier vier skilette man muss ich arbeiten ich habe einfach perfekt der protektor rettet mir gerade so krass ich habe ein heck ich glaube ich nur einmal kann ich abbauen okay er wird ja und wo bin ich eigentlich das ist ich muss mir gleich eine kohle zeigen die einfach so krass ist hier ist einfach ein einzelnes villager haus jo alles klar warte vielleicht den weg war noch alleine zurück also trotzdem wieder so wird es so weit ist aber richtig tage ist welch wieder rausgehen weil ich habe ja nun mal mit meinem bootzieher wüster hast du das ist dann getötet was habe ich nein ich habe die nicht geküscht bin doch immer ich habe in den bergen ich baue mir gerade mal die base ja mal kurz mal die kohle ich sagen ich habe mich verlaufen ich fahre mir ein bisschen steinwein mein kopf hatte gibt es ja kein stein ich brauche jetzt frei jolo ich bin auf irgendeinem berg also hier war ich ja habt ihr vielleicht schon gesehen was ich gesehen habe ich schon gesagt wird gerade von der leiche da sind überall ich schaue leon ich weiß wo wir sind also wo ich bin wo ich bin ich weiß aber nicht wo ich bin ist mir egal mein leben ist also wenn du stirbst leon das ist ja noch witzig und sorgen bei mir hatte spaß ja ich bin da aber den berg wo der laber unten war wo wir riskant gesprungen der laber weiß noch wo wir riskant gesprungen sind das ist mir ganz egal weil ich weiß nicht mal gerade wo ich bin ich bin ich gehe mal eben schon ausgucken auch was wir anstatt sie zu töten könnten wir die eigentlich züchten aber ist nur eine kuh ich habe zwei länder rausbekommen hat es gelohnt ja die sind so viele hühner putsch wir haben locker 40 hühner auf unserem weg getroffen wie soll ich alle killen alter ich habe ein baby erzeugt ich bin nicht gut oder die nicht gut ich muss eben die mutter killen und das ist vorhanden war und kühle Tante Alter was ist das für ein schubbart er bringt sich alle um Prozent Bruder Schwester es gibt es noch eine Mutter Neemann hat sich hier schon Prozent es gibt es noch um Opa Oma Onkel Tante Oma was Oma und das sind noch viele Alter was geil dass man tásther zu geraten gebackt hat ich bin dann in der Akkurs ging kuzange und dann noch irgendwelche Freunde und äh zu guter letzt ist hier der Hans ja der Hans ist hier der Babu und da hans 2017 bis baum wenn du wüsstest wo ich gerade stehe und bist du keine ahnung sag mir mal die kurs von uns zu hause ich bin gar nicht so ich bin über den berg so ich weiß glaube ich warte warte ja ich kann von hier aus den turm von unserem haus sehen grüß gemacht habe ja ich habe ein baby geschlagen nein das wird es jetzt für immer in ihrer vergangenheit weil jetzt hat mir mal die kurs für mich nie wieder hauen cool jetzt gerade wo ich bin weil ich ich wollte eben wo ich bin gerade x6 37 die recht dann auf dich warten y schön das ist wo gibt es hier die cordis f3 ja das weiß ich schon aber mir steht nur ce und so scheiß alter wir stehen hier einfach nicht die cordis so finde ich bin ich bleibe hier stehen einfach weil es gar nicht bei f3 nicht also ich bin gerade so scheiße jetzt bist du jetzt mein ernsthaft sieht man die kurs hieß so viel mit 1 3 ok drück ist 3 habe ich schon ganz offen und unter multiplayer schaden cage und das siehst du doch oder ja da drunter xy und z da steht bei mir nicht krass verarsch mich nicht als ich hab schon einen halben stack hühnchen und fünf eier und ich habe drei kühe auf einmal gefunden auf einem berg nur die gäste erst mal kindiger gebrochen liegt ja mein gott ja ist doch mehr kürz ich dachte wir sterben und du schreibst ja mich wieder nach hause du kommst nicht wieder nach hause ok dann sagt mir mal deine kurs ja ich bin gesperrlich stehn kein rekord lieben drück f3 ich hab ich geholfen jetzt hast du die reichte darunter nein das stehen dabei hier scheint relativ was gemacht leon oh mein gott leon du musst mich später mal ein screenshot geben oder irgendwie sowas ich glaube ich finde doch ein Traum oder als die folge sich schon voll zu Ende mann und wir sind zu lange lehren es ist so vor allem bei ihm und nach Hause kommen ich kann das mal nach hause nur ich hätte also leite sind ja nicht auch mal weg was hat er gesagt ein Teleport hier nicht einfach hab ich kein bock auf wenn das nicht erst was schieten lehren schieten pp mich also leute ich werde jetzt bei den lehrern nach hause führen und dann werden wir heute schauen was passiert und ich werde eben zu meinem turm gehen weil da hinter den turm ist nämlich unser haus unser dorf wir uns auf dem dorf bauen das wäre doch cool oder schon einmal schon mal am start ich habe schon ich habe wasser du willst mich eh dahin tp irgendwo ich runterfalle ich muss nur eben ein wasserloch bauen was was hast du gelesen das ist nicht oder ja nein das hast du nicht oder lehrer nein hast du nicht so wie macht man spinnweben hat sich nicht kraften erzähle portier mich man okay ich bin ich einfach so nach unten ich war noch nichts nein das ist nur wie mache ich das tp es geht runter jetzt bleibt da bleibt da gefälligst nein ach hier ist unser turm sorry dass ich ein bisschen geschrien habe das war's für die folge was euch gefallen hat gibt eine positive bewertung haut rein bis zur nächsten folge schade ist leider bist du zu lang geworden die folge aber egal haut rein und tschüss